das geht nicht feier das geht nicht feier die bäume waren gerendert das war zu ich dran ja da standen vor zwei mann oben drauf fehler 2 und ich habe leider war das leider hat er beim zweiten hat das magazin nicht mehr gereicht hatte eine gefunden der erstes gestorben war das wie lange ist das zurück keine ahnung eine halbe stunde oder so whaaaat 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 Mario whaaaat ha 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 nee ha 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 gut geschossen auf jeden Fall die Packer Ammo hat geregelt und der Helm auch die Muni ist useless welche oh come on oh come on oh come on I would like to shit myself welche Muni meinst du denn? die ich grade spiele? frage ich hab mit der Muni habe ich so viele Leute getötet juicy boys alles Raider ich hab sogar Luca mit der Muni getötet das ist alles möglich oh haben wir alle schon eine Grafikkarte in den Pups hier oh nein von der Schuss für 50F who gives a fuck who gives a fuck ich hab meinen Spaß damit ich hab meinen Spaß damit und mich stört das mein bestes Ding ist mach bei dem der der das kam jetzt das kam unerwartet ich will auch einfach nur dieses dreckige scheiß item haben kann doch nicht sein ich habe nicht mal mehr bock diese karte zu spielen bis hier oh so schlimm ist es schon ich habe ja ich habe ich kann die karte ist so wisst ihr die karte ist einfach also reserve ist wirklich sinnlos geworden also die letzten tage ich habe es ja nur wirklich viel gespielt wenn du kohle brauchst ist das cool aber die karte per se ist einfach schrunze sinnlos dämlich weil dann nur du brauchst dir da nichts anziehen scheiß mosen reicht so das einzige was die leute machen den hebel ziehen lucky irgendwie den radar abstauben grafikkartengebäude rüber anderes grafikkartengebäude und denn ist fertig und das war's und das sind fünf minuten ist das fertig es ist einfach die karte also die karte ist wirklich öde es fach die karte ist wirklich öde es fach so und jetzt spiele ich auch eine andere karte weil jetzt habe ich nämlich keine lust mehr darauf und mich ärgert das so sehr dass da nichts drin ist und zwar cottage cottage save key yes cottage entrance key yes west nee east 220 ist das 222 wo auf dem boden diese kiste liegt ja ne tech light auf interchange ist das neue dorms ja da oben ist halt dieser ding sporn sodann ist 310 da gibt es glaube ich auch wie war das ist wegen 310 jahren 310 da kann der auch drin sporn cottage haben wir jetzt die tool naja ich keinen bock drauf habe ich keinen bock drauf ist mir zu teuer 301 ist das ist das 301 wirklich war ein hacker auf dem dach würde ich sagen ja der andere aber auch der mich erschossen hat feder der andere daneben der mich erschossen hat auch weil ich habe war eben gerade noch mal gucken was weird man 301 ist die expo ja die text will ich ja nicht haben die leute können ihr lead ex können die alle haben so viel sie wollen also 222 und irgendeine haben wir doch noch gekauft leute ich muss mal kurz auf toilette ich bin gleich wieder nach so wo spawn noch welche chat wo spawn die wo sport der gockel hat noch einer idee übrigens chat wenn ich mit dem account durch bin werde ich alles löschen und die cases alle verraffeln und meine er auch alles was ich habe werde ich verraffeln und dann spielen wir den nächsten account mit einer anderen challenge der account bringt dir nichts wenn du nicht spielen kannst by the way klingt ein bisschen hart ist aber so der bringt dir dann nichts also ich meine im resort kann irgendwo im resort auch der olle gockels bohren und tut 406 und und es und und 310 haben wir schon um und 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 Vielen Dank. Oh. Oh. Komm mal los. Ja, voll down. So. das problem ist wir haben jetzt im west ring gar kein schlüssel das heißt wir müssen über den west ring in den east ring wird interessant werden aber auch mal ganz realistisch zu sein wenn wir voraussichtlich nicht viele feuergefächte haben dann habe ich den gockel noch nie gesehen aber rare items sind wahrscheinlich so led x und so ein kreuz so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du musst mich f***ig machen. Worst du Zeitpunkt, E.U., Chad? Worst du Zeitpunkt, E.U.? Das war's für heute. 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 Ist der rausgesprungen? Vielleicht? Das war's für heute. Nee? Nee, 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 nee. Er ist noch da. Oh, come on, Game! Are you f***ing serious? Hallo? Alter, das ist nicht mein Ernst, ey. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ich kommbe jetzt noch. Ich kommbe jetzt jetzt noch das übertragen und das ist ein Bad. you must be joking 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 den haben wir auf dem bett in der kiste habe ich jetzt nicht reingeguckt ob ich da jetzt mal rein ah da ja okay aber dass er hier nicht gestorben ist also so 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 ich habe schon wieder ich habe schon wieder kurz gesehen also als wir oben auf den geschossen haben erst mal discord support aufging keine ahnung warum und danach noch ein lag schon wieder war schon wieder vorbei da habe ich schon wieder so 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 Das Spielbare. Das ist... Oh, man. Das ist okay. Also ich sag mal, du kannst jetzt so wie ich gerade mit Level... Äh, nee, du kannst... Ich hab jetzt gerade 51 Kilo dabei. Hat hier eine Sache rausgenommen? Oder ist das eine Tank-Battery? Nee, ne AK. Also ich sag mal, bis 60 Kilo kannst du noch human gehen. Und auch laufen. Du musst mal sitzen, um deine Dings zu regenerieren. Äh, deine Ausdauer. Aber es ist noch okay. Und ich sag mal so, wir haben jetzt nicht wenig Zeug dabei. Ich glaub, wir haben drei Waffen im Gepäck. Und lauter kleinen Scheiß noch. Ja genau, man kann eine Person looten. Dann hat man keine Oberwege. Zwei, wenn wir ein bisschen selektiver looten. Also ich hab jetzt drei Leute im Rucksack drin. So, wir sind ja noch mal. Oh, ich hab jetzt mal weiter dabei. So, ich geh jetzt mal weiter. Ah! 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 wer das hätte so bestimmt zehn schüsse gebraucht irgendwas ist mit der kars nicht also ich glaube nicht dass der kars und ich glaube die server sind heute einfach broken ich glaube die server sind einfach broken aktuell oh ja mal sie diesen richtig nervig ich hatte eben gerade ich habe eben gerade auf jemanden geschossen durch den langen gang und mittendrin hatte ich also heute heute ist wirklich ganz ganz kurios ich habe dem einen auch eben gerade ins gesicht geschossen glaube ich oder so gefühlt der hat halt blut an der wand gehabt aber ist nicht gestorben aber wahrscheinlich war es wahrscheinlich war es kein hit in seinem gesicht oder so seit dem letzten patch ist das wirklich katastrophal geworden und mit kars meine ich eigentlich fast und spielbar also die lexen wirklich verwehrt das ding ist halt die friezes sind immer nur im fight irgendwie also total sinnlos eigentlich ich hatte gestern hier wann haben wir es den ganzen tag reserve vorgestern also reserve ging gar nicht also serve war wirklich und keine ahnung gefühlt zehn mal oder so aber hier ist die frieze oh okay ja dankeschön merksum für 39 jetzt müssen sie ändern das nervt mich das hinlegen dauert so lange das sieht halt immer aus als wenn er schlafen gehen will oder so wie lange brauchen die skeptisch eigentlich nur ja 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 Vielen Dank.